Der 5. Port sahen über Kapitel auf. Für Stunden scheinen, prüfen ich euch zu fixen. Hör ich bloß. Wir haben an dem 2. und 3. Kapitel all ein Bild von 1. Psalm 3, Vers 7 geredet. Aber nur weil wir das falsch beteiligen, darf ich ein Gloss mit der Ewa schreif. Wo man deine Frühmatter folgen. Päutrus darf meiner Rout gut vernünftig an mit jene Frühjahrs. Lef mit jene Frühjahrs an ein verständlicher Wach. Und auch gleich das falsch, wer in Päutrus sagt, nicht, dass ich Mordzahra verstoßen kann. So aus irgendein anderen Mond. Wollt ich dort ein Kohn schon eine Früh ganz verstoßen. Nicht mal, der wem ein Kohns vom Horten läuft. Der Schlittl ist, dass ich so vollen wird, dass ich will mit ihr zu leben. An ein verständlichen Wach. Ein Nachdauer. Ich will haben, dass ich so vollen wird, dass ich Vertriebe erhört. Ich erkenne dort in 1. Päutrus 3, Vers 7, als wäse Menschen gehen und wein der Gönshafer sich Mordzahra mit ihre Frühjahrs an ein verständlichen Wach. Ich erkenne dort in 1. Päutrus 3, Vers 8, als wäse Menschen gehen und wein der Gönshafer sich Mordzahra. Nicht dort früh ist schwach sein. Heu seist eine Frühjahrs schwach sein, wegen soviel Verlatsbohr aus. Er mon, die in ihrer anderen Eheverhältnis. Diese Frühjahrs verlatsbohrte die ab weins zwei Städten. Erstens, wann die so eine Dinge seist aus, er kann die bloß nicht verstanden. Er wundert, aus er wird es noch zu brauchen. Zweitens, wann die Arfe an ist, mit Arze behandelnd aus, wann sie nicht gerutscht wird und all und die Gönshafer in deinem Leben haft. Und so in 1. Päutrus 3, Vers 7, nach Mordzahra mit der Niemötsche Frühjahrsbewegung braucht das Verlatsbohr in der Bibel, sagt, Frühjahrs sind die schwach. Wo Päutrus sagt, es dort eine Frühjahrs verlatsbohrte er Mordzahra, nicht dort alle Frühjahrs sind schwach aus alle Männer. Und wann du, er Mord, nicht für siehst, Arte verstohlen, dann erst so wörtlich sehr verlatsbohr. Eine Dankbohrde Frühjahr zu einem verständlichen Mord schreift er Mordzahra, schreift er Mordzahra, wann er Mordzahra auch jähn und gestalt hat er seine Läderschaft. Er versteht und nimmt Mordzahra und hält er nicht jähn Mordzahra. Ein weichtem und dort wird schwach und neun tecken, als und zwei kommt des Denkens. Einen von Steinen gemerkt, dort andere von Körper. Der Mond ist Körper, der Früh ist los nach Stein. Dort ist nicht, dort sei ein Klandra wird haft. Ein Stein kommt hier, kann ein Gradra wird haben, als ein Körper nicht. Die Kampen sind verschieden und wird an verschiedenen Wegen auf verschiedenen Stellen gebrockt. Aber die Früh, das lassen Kampen ist empfindlich. So kann Späulen oder auch ein Zwerbräerchen, wenn du nicht versächtig bist. Wenn ein Mann verdrüstlich ist, wird er vielleicht sagen, keiner kann Frühjahrs verstauen, besonders die. Und dann wird er sich vielleicht weichdrehen, selbst vorhanden gehen und still sein. Er verspricht sich selbst, sich nicht verartigen, was er abhielt, mit einem Proben zu kontrollieren und umfangen an zu sprechen. Wenn du so gut beleuchtet hast, und du so eine Anleitung wird, was dir rühtgeladen hast, dann wirst du vielleicht weinen Rufkirchen in der Leiche merken, die du an deiner Schau hast. Du hast die Grundwahrer durch Bett vorgeschritten. Gott hat deine Früh nicht gemerkt, dass er um so eine Anstattung leben. Gott ruft meine zu erkennen, dass er die Früh sind los und kommt, wo er ein kleines Tätchen nun gemerkt hat. Händel versächt sich. Ein Mann erkennt endlich, dass seine Früh wie sein Partner. Nicht sein find. Heu sagt er aus so eine Früh aus Päutrasbüscheräuf, empfindlich und wird zu Ehren. Met er annehmen und er fehlrechnen. Fungt das ganze Verhältnis unter andern. Heu seht. Wie seid ab ein heicherer Platz zu Stoenen gekommen, met ans euren Unterverstuenen. Erst einmal bett euch Wada und Wada. Gott, hol an sie Ehe, der Wodeau sind zu Graut. Wo so hast du ans Jemals topgestalt? Nüß ich eck soja Dampur dort heu hauft. Meine Früh passt mir ab, jeder war ich. Euer König eck dort nicht säuern. Und die Grote Fuhr eck rauf gehoben. Eck sie nicht der Sälder. Prinzipien sind topgeheakt. Vielleicht hast du all die Morg, wo die Prinzipien topgeheakt sind, wo für die Lateren noch fortstunden. Nüßernen und abzernen sind soja überall. Ein einer steht auf den anderen. Ein Verstunden kennen steht auf Nüßernen und Abzernen. Wenn du nur da kommst, zu deine Früh und du abbeißst mit euch, da wird sei Fäulen, du verstehst euch. Oder Prost, Wunsch. Denk dort an, der Mohn ist der Christus gestalt. Der Früh ist der Körg gestalt. Und so aus der Körg erschwortet, ob Christus leicht, so will der Früh erschwortet, ob er Mohn leid. Und wann sie dort auch nicht mal, an der sie wieder drüben kann, und die Früh denkt an die Osteu, der dort schwortet reicht Osteu, der die Bräude schuldernhaft. Wann sie nur die Kämpfer verstanden ist, dort ist eine Ehe. Das ist ein größer Ort, von was Leute verhebt ist. Aber wann du auch über den Ort rutschletzt, die Tomerks, oder dort so seht du hier nicht, was soll drauf zu sein, dort verquatscht er jetzt. Ehe. Vielen Dank.